53 Mutige haben am Sonntag beim dritten Neujahrsanbaden im Hohenkirchener Wangermeer den Sprung ins kühle Nass gewagt. Neptun höchstselbst hatte das Spektakel eröffnet. Laut seinem Thermometer lagen Wasser- und Lufttemperatur bei knapp 4 Grad. Doch das feuchtkalte Wetter und der Wind senkten die gefühlten Temperaturen deutlich unter Null. So war das Jahresanbaden, das das Hotel Dorf Wangerland organisiert hatte, eine eher kurze Angelegenheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017